Gut, nachdem ihr mich ja alle gut hören könnt, und ich sehe jetzt natürlich auch nicht, wenn ihr irgendwas schreibt, weil das Ganze eben aufgenommen wird, ich hoffe, dass es trotzdem klappt. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Rosemarie Kirner, ich bin schon eine Zeit lang dabei, diese Webinare zu sprechen. Ich hatte das Vergnügen, das letzte Wochenende einen Russischkurs zu bekommen, das heißt, ich habe mehr Russisch gehört als je in meinem Leben. Klar, wir waren in Riga, wir waren beim ersten internationalen Forum in Jumula, in der Nähe von Riga, und haben uns dort einiges an Input geholt. Gut, ja, zum Thema Input, was gibt es Neues zu dieser grandiosen, neuen Technologie, worüber ich ja heute spreche. Es geht um Skyway, es geht um eine neue Transporttechnologie, die meines Erachtens in der Zukunft die Welt verändern wird im Transportbereich. Und das ist auch gut so. Ja, warum ist es so? Es ist sehr innovativ, es ist wirklich, hat eine Einzigartigkeit und es ist vor allen Dingen sehr ökologisch. Wer schon des Öfteren hier bei uns zugehört hat, kennt schon die einen oder anderen Vorteile. Ich arbeite heute nicht mit unserer gewöhnten Präsentation, sondern mit der Präsentation, die wir am Wochenende sehen durften. Und wie gesagt, die große Herausforderung liegt bei mir heute, weil das Ganze alles mit Russisch hinterlegt ist. Und ich werde euch nicht im Stich lassen, ich werde euch schon die notwendigen Informationen dazu geben. Skyway, die neue Transporttechnologie, wodurch zeichnet sie sich aus? Man sieht es hier deutlich im Bild. Es ist eine Transporttechnologie, die auf der zweiten Ebene sich bewegt, in der man Kommunikations- und Stromleitungen mit integrieren kann in der Schiene. Man sieht hier, wir haben unten Transportfahrzeuge im Cargo-Bereich, oben die Highspeed-Bahn, auch rechts oben, rechts hinten im Bild. Mein Pfeil wird hier so seelenlos rum. Hier haben wir zum Beispiel ein Hängemodell, das dürfte eine Regionalbahn sein, hier ein Highspeed. Hier diese Transportmöglichkeiten, da gibt es jede Menge von Möglichkeiten. Wer noch nicht so viele Informationen hat wie ich, der wird heute noch staunen. Hier sehen wir das, ich sage jetzt mal, das Eingangstor zum Öko-Technopark. Und das ist auch ganz klar, Skyway, die grüne Technologie, würde ich sie fast bezeichnen, hier ganz deutlich in diesem Skyway-Bild dargestellt, auch das grüne Männlein. Ökologie ist das Zauberwort schlechthin bei dieser künftigen innovativen Möglichkeit. Er ist der Erfinder dieser Transporttechnologie natürlich ein ganz besonderer Mensch, Anatoly Junitsky, der diese Zelligkeit und diese Energie aufbrachte und bereits seit fast 40 Jahren an dieser Technologie arbeitet. Ein Idealist, ein Visionär, ein Mann, der den Menschen die Erde zurückgeben will. Er hat sie schon von oben gesehen, er hat gesagt, die Erde ist so schön, ich möchte, dass sie erhalten bleibt. Und nicht, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Die Erde wurde durch die ganze Industrialisierung und was alles so passiert ist, zerstört. Er möchte, dass die Erde wieder gesund wird, dass sie wieder ökologisch aufbereitet wird. Und seine Vision war eigentlich ursprünglich, er kommt aus der Astronautik, das werden wir jetzt hier gleich sehen. Er kommt aus dem Kosmos, aus diesem Bereich. Und seine Vision war eigentlich der Spaceway. Spaceway heißt, er wollte die Transportwege in das All hinauslegen. Wir werden das gleich nochmal bildlich sehen, wie ihr es sich vorstellt. Und die Vorstufe dazu ist Skyway. Skyway ist im Prinzip auf dem Weg zu seiner Vision von Spaceway. Ob er das noch schafft, sei jetzt mal dahingestellt, aber seine Vision ist es. Wer ist Anatoly Junitzky? Anatoly Junitzky ist erstens mal natürlich der Erfinder dieser Technologie. Weiter hat er insgesamt schon 140 technische Arbeiten geschrieben, wovon viele, also 30 genau, umgesetzt wurden in der ehemaligen UdSSR mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Dann hat er weitere 200 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Er hat, ich glaube, 18 wissenschaftliche Monographien geschrieben. Das sind wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen. Also ihr seht schon, es wird schon heftig, das Ganze im Kopf zu haben. Und er ist natürlich auch Mitglied der Astronautik seit 1986 und auch noch der wissenschaftlichen Gremien. Und zusätzlich natürlich der Erfinder dieser grandiosen Technologie. Aber wie gesagt, Junitzky ist vor allen Dingen auch ein Visionär und das sieht man hier in diesem Buch. Das Bild spricht mehr als tausend Worte. Nämlich hier, so stellt er sich das vor. Also entweder will er da mit dem Magnetfeld arbeiten, das sich rund um die Erde bewegt. Ich weiß es nicht, also ich bin kein Wissenschaftler, ich bin damit etwas überfragt. Fakt ist, Skyway ist wirklich nur die Vorstufe in Bezug auf seine Visionen. Und er hat 15 Jahre gekämpft, um die Anerkennung als innovative, umsetzbare Technologie vor dem russischen Verkehrsministerium durchzusetzen. Hier sehen wir ein paar seiner Fahrzeuge. Links im Bild oben die Highspeedbahn, die wir ja eben schon gesehen haben, die mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometer unterwegs ist, auf zwei nebeneinander liegenden Schienen. Diesen speziellen String, den wir gleich noch näher sehen. Rechts oben, wo jetzt mein Pfeil ist, der wieder so mutterlos wie herumirrt, da ist ein Hängemodell zum Beispiel von der Regionalbahn oder wie es auch in der Stadt aussehen kann. Es gibt hier ja alle möglichen Variationen. Links unten haben wir das Cargo-System als Hochbahn. Man sieht hier schon die Räder, wie glatt die aufliegen hier auf der Schiene. Das Ganze hat keine Fenster. Es gibt auch im Cargo-Bereich sehr viele Varianten. Werden wir auch gleich noch ein bisschen was dazu hören. Und das kleine Unibike, also dieses Unibike hat uns fast umgeworfen, was damit, es mag jetzt mein Pfeil nicht mehr, okay, ich lasse es euch jetzt so rechts unten. Das Unibike gibt es ja in Variationen von 1 bis 5 Personen mit und ohne Tretemöglichkeit. Das heißt mit und ohne Fitnessprogramm. 1, 2, das war ja in Berlin. Werden wir noch sehen dann. Dieses Unibike hat sehr viel Aufsehen gesorgt am Wochenende. Nämlich, ich habe immer gedacht, das ist so ein Spaßmodell. Aber nein, das Unibike, das stellt man sich vor, wird das Auto des neuen Jahrzehnts, des neuen Jahrhunderts, sage ich jetzt mal, die neue Division, wie wir uns in Zukunft ökologisch vorwärts bewegen, nicht mit dem Auto, das wird es wahrscheinlich weiterhin geben, sondern auf der zweiten Ebene mit dem Unibike. Wie das dann aussieht, erkläre ich dann etwas später nochmal. So, hier nochmal die Highspeedbahn, wie gesagt, mit bis zu 500 Stundenkilometer, bis 10.000 Kilometer kann sie zurücklegen. Und bei, das ist auch hochinteressant, bei einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometer und 100 Personenkilometern, bräuchte man bei Elektronik 9,2 Kilowatt, ist gar nichts. Im Vergleich würde man das mit Luftreifen machen, sehen wir später noch, bräuchte man wesentlich mehr, nämlich 1100 Kilowatt. Und bei Dieselmotoren auch ganz beachtlich, 0,7 bis 0,9 Liter Diesel würde man das mit Dieselmotor betreiben, was auch möglich ist. Ja, man kann alles einbauen, alle möglichen vorhandenen Technologien. Und wie man hier im Bild schon sehen kann, das ist natürlich die Verbindung von Großstädten, großen Metropolen von A nach B. Und hier wäre normalerweise ein schönes Video, wie das aussieht, wie es sich fortbewegt. Man kann hier einen Bus nach dem anderen fahren lassen. Also auch hier keine Grenzen mit, wenn es sein muss, alle zwei Sekunden. Das Ganze wird über Radar geregelt. Es gibt ja hier zahlreiche Möglichkeiten, die wir jetzt schon kennen. Laser, keine Ahnung, wie das Ganze gemessen wird. Alles brauchen wir auch nicht zu wissen. Fakt ist, das Ganze ist nicht gesteuert durch Menschen, sondern alles computergesteuert. Und dadurch ist dieser menschliche Faktor schon mal ausgeschlossen als Risikofaktor. Das Video geht leider nicht hier in der Präsentation, das geht nur in Live-Präsentationen. So, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten dieser Bahnen, wie sie im Regionalbereich eingesetzt werden. Überall sieht man schon diese ergonomische Form, diese Aerodynamik, die man damit verbindet. Und je nach Größe, wie man es gerade gebraucht, ist es möglich. Hier nochmal diese Bahn, diese Schiene hier. Das ganz deutlich zeigt sich natürlich draußen in der Prärie aus, oben drüber, unten die Natur, oben drüber. Durch diese Geradheit, durch diese Schnittfreiheit. Das Interessante ist auch, möchte ich hier gleich mal erwähnen, Man hat im Moment die Möglichkeit, diese schmalen Pfeiler in einer Distanz von 50 Metern aufzubauen und dann ist die Schiene stabil. Man arbeitet jetzt gerade dran, das Ganze auf 400 Meter zu erweitern, dann auf 1 Kilometer. Und das Endziel soll sein, bis auf 3 Kilometer ohne Stützpfeiler, dass man das erreicht. Diese Schienen sind so straff gespannt, das werden wir gleich sehen, über die Schiene, über den String, dass das tatsächlich möglich wird und es ist auch computergesteuert. Ja, auch ein paar Beispiele, wie es in der Realität aussehen kann. Hier, wo mein Pfeil sich bewegt, ist es zum Beispiel über die Flüste drüber, ohne dass man schwere, kostspielige Brücken bauen muss. Man kann Hängemodellen, man kann Hochbahnen fahren lassen, alles gleichzeitig. Auch hier kann man das bauen, das könnte jetzt ein Plus sein, das könnte aber auch gut ein Überschwemmungsbereich sein, der hier gar keine Rolle spielt oder hier in die Natur integriert. Hier haben wir einen Ankerpfeiler, die sind immer wieder nötig, um eine größere Stabilität auf höhere Distanzen herzustellen. Die werden meistens dann als Umschlagplätze genutzt, das heißt als Bahnhöfe, Zusteigemöglichkeiten, die ganz deutlich zu sehen, eben unten die Hängemodelle, oben die Schienen und so weiter. Ich gehe heute nicht so in die Details, hier auch wieder als Hängemodell unten, das kennen wir, wer schon die Videos gesehen hat, kann ich leider hier nicht zeigen, aber denke ich, ist auch nicht so wichtig. Hier diese Konstruktion, so soll es eingebaut werden in Großstädten, wo hohe Häuser sind, wird man das hier Schritt für Schritt hochbauen, dann da drinnen den Bahnhof machen, hier fährt dann oben die Bahn rein, zwischen rein, oben kommt dann auch noch Grün drüber, wo man sich, wenn man warten muss, will und so weiter, auch vielleicht noch erholen kann. Man kann von einem Kaufhaus zum anderen, so kann das diese Lösung zum Beispiel in der Stadt sein. Hier das Video würde zum Beispiel zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, geht leider hier in diesem Webinar nicht. Hier die verschiedenen Stadtfahrzeuge und hier sehen wir schon den Begriff Uni-Car. Uni-Car heißt nicht anders als Auto, also das moderne Auto. Und zum modernen Auto gehört eben das Uni-Bike bis zum Uni-Car und hier sieht man eben schon, sind hier mehrere Personen möglich. Das Interessante ist von diesen Fahrzeugen, das war unvorstellbar, was die da für Möglichkeiten haben. Die bauen da eine Elektronik ein, das heißt, man kann dort mit Internet arbeiten, man kann sich, wenn man so ein Uni-Car hat, direkt ein Büro einbauen mit Monitoren, man kann sich Scanner einbauen lassen, die einen den Blutdruck messen, wie ein, was weiß ich, die ganze menschliche Technologie, sage ich jetzt mal, durchchecken, ist irgendwas nicht in Ordnung, wird das Blitz über das Internet weitergeleitet an den Arzt und so weiter, der sagt, hey, da stimmt irgendwas nicht, wir brauchen nicht mal mehr zum Arzt gehen. All das hat man schon in der Idee integriert, all das wird ins Uni-Bike oder in den kleinen Uni-Car eingebaut, bis zu fünf Personen. Und das Interessante an diesen Fahrzeugen ist ja, was das kosten soll. Also wenn wir uns vorstellen, das kleine Uni-Bike, das kleinste Modell, beginnt bereits bei 1000 Euro. Also so billig können wir uns ja nicht mal ein Moped kaum kaufen. Also sagenhaft, was da möglich ist. Hier übrigens auch ein Gelenk, ja, Regionalfahrzeug, würde ich sagen, mit bis zu 168 Personen, die hier fassungsvermögen sind. Also auch als Hängemodell hier noch ein paar Bilder dazu, wie das dann in der Realität aussehen kann. Ganz besonders ist hier interessant. Das Bild hier kennen wir ja sehr gut. Also ich würde mich lieber hier oben reinsetzen in dieses Gelenkfahrzeug. und würde da gemütlich mein Buch dabei lesen oder Musik hören oder was weiß ich, als hier unten im Stau zu stehen und mich anzusprengen, wenn ich von der Arbeit heim muss. Und das Interessante ist dadurch, dass das Ganze ja alles computergesteuert ist, auch beim Uni-Bike, ich brauche ja nicht steuern. Ich stelle einfach meinen Monitor ein, wo will ich hin und das Ganze pfährt von alleine. Komme ich gleich nochmal dazu. Hier eine weitere Möglichkeit, wie die Bahnhöfe aussehen können. Oder hier, das haben wir schon gesehen, hier als Rundell. Das heißt, hier wird reingefahren rundherum und dann wieder außen raus, oben eben diese ökologische Möglichkeit. Wir können hier spazieren gehen, bis der Nächste kommt. Hier ein typisches Kurvenelement, wie es eingebaut werden wird. Also ich finde da alles irgendwo sehr ansehnlich, sehr angepasst. Einfach für meinen Begriff wunderschön zu der Thematik, dass es auch uns diesen Lebensraum wirklich wieder ermöglicht. Hier gibt es ja auch nochmal Bilder, wie es aussehen könnte. Hoch- und Tiefbahninteressante ist ja eben, wir können nicht zu unten fahren. Wir haben ein Hängemodell, ein reines Hängemodell. Es gibt auch die unterschiedlichen Schienenmodelle, das wissen wir ja schon, wer schon das gesehen hat. Hier ein Cargo-Modell. Auch da gibt es verschiedene, die Hochbahnen und die Hängemodelle. Unterschied ist einfach die Geschwindigkeit zwischen 40 und die oberen 120. Und natürlich die Last, die sie tragen können. Das obere Modell kann wesentlich mehr bewältigen, wie ein kleineres. Ich glaube, das kleinere 5 Tonnen, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen das obere, also ungefähr 4 LKW-Ladungen kann das obere leisten. Was kann man damit transportieren? Natürlich Stückgut, Schüttgut, Kartons, alles was man sich einfach vorstellen kann. Aber natürlich auch Erdöl, Erdgas, Flüssigkeit, Milch, Wasser. Einfach alles, was im Bereich transportiert werden muss, außer dem Menschen. Ja, auch das Video kann man leider nicht sehen. Das ist ein Modell hier unten mit Anhängen. Also auch da gibt es wirklich keine Grenzen. Das ist alles sowas von durchdacht. Hier sieht man schon im Bild ganz oben, wie das aneinandergereiht aussehen könnte. Unten könnte man theoretisch auch noch Hängemodelle mitfahren lassen. Wie gesagt, der Unterschied liegt lediglich in der Geschwindigkeit. Man sieht hier unten das Reh oder ein Känguru, was das hier ist. Das ist ein Känguru eher, würde ich sagen. Hier die Vögel, alles kann sich frei bewegen. Wer jetzt meint, oh Gott, die armen Vögel, die setzen sich da drauf. Kein Problem, die merken das schon, wenn es eine kleine Erschütterung gibt, dann sind die weg. Also auch hier passiert denen nichts. Es ist an alles gedacht, das kann ich mir typisch vorstellen. Jetzt in Australien, wo man weitläufige Ländereien hat, da ist das natürlich die gigantische Möglichkeit. Hier typisch wieder für Australien die Herausforderung, die die dort haben. Das werde ich dann noch auf der Karte zeigen. Die haben immer wieder zu kämpfen mit schlechten Wegen. Auch hier die Schiene unten ist ein ganz typisches Beispiel. Teure Schienen werden gebaut. Das Ganze wird durch Überschwemmungen unterspült. Es ist nicht mehr funktionsfähig. Es muss wieder erneuert werden. Oder hier haben wir auch die Thematik. Das Ganze ist unterspült. Wer da eine Straße, könnte diese Fahrzeuge sich nicht mehr vorwärts bewegen. Der Schiene macht es gar nichts aus. Sie ist hier fest verankert. Da fährt der Zug oben drüber. Egal welches Wetter, egal ob es regnet, ob es schneit, ob es gefriert, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist gerade in Australien ein ganz großes Thema, hat uns Rathook erzählt. Wir haben mal wieder die einzelnen Möglichkeiten. Interessant ist auch hier diese Beladung hier unten von oben der Hochbahnen. Da kann man in 6 Sekunden eine Tonne während des Fahrens beladen. Das geht rucki zucki. Hier eine Beladung bei einem Hängemodell. Und hier haben wir auch ein Hängemodell. Also es gibt alle Größen und Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Es ist alles schon da. Es geht eigentlich nur noch um die Umsetzung. Was ist hier zu sagen? Natürlich alles computergesteuert. Man kann auch, wenn man möchte, Starkstrom mit integrieren. Und natürlich Internetnutzung. Also es läuft alles über die Technik. Wir brauchen, Sie werden jetzt vielleicht sagen, das kostet Arbeitsplätze. Keine Angst, die Arbeitsplätze, die werden auf anderen Wegen wieder geschaffen. Das war immer so. Hier hat man auch die jammerte Kohleabbau. Die Arbeitsplätze werden abgebaut. Ihr habt das gesunder als eine andere Geschichte. Es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man arbeiten will. Und die wird halt einfach nur anders verlagert. Hier sieht man wieder die Beladung mit Schiffgut. Wie gesagt, in 6 Sekunden eine Tonne. Während der Fahrt. Hier nochmal ein Groß. Beim Hängemodell. Hier mit Stückgut. Mit Gabelstapler. Und hier haben wir die Unibikes. Wie können sie eingesetzt werden? Zum Beispiel in der Stadt. Hier als Touristenattraktion am See entlang. Bewege ich mich wunderbar. Hier über den See drüber. Da ersparen wir uns einige Brücken. Sie setzen uns ins Bühnebike. Fahren da drüber. Wunderbar. Hier auch als Hängemodell. Also es gibt die unterschiedlichsten Variationen. So. Und eine dieser Variationen durften wir uns ja in Berlin ansehen. Wir haben ja schon einiges drüber gezeigt. Das Interessante ist eben, das haben wir jetzt auch in Minsk erfahren. Wir wissen ja, dass die ganze Motortechnik hier oben drinnen ist. Die Motortechnik ist in erster Linie natürlich Elektrizität. Und zwar wird die genutzt, die vor Ort am besten zu finden ist. Aber man kann auch Dieselmotoren. Man kann Batterien einbauen. Egal welche Techniken das zur Verfügung stehen. Alles könnte damit eingebaut werden. Man kann zwei, drei verschiedene Sachen einbauen. Und diese Technik befindet sich hier oben im Dach. So. Jetzt werden Sie zum Beispiel sagen, 1000 Euro zu einem Fahrzeug. Mein Gott, da ist doch ganz schön Materie dahinter. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum ist das möglich? Natürlich nach Größenordnung. Natürlich wie beim Auto nach Ausbau. Aber dieses Zynibike, dieser obere Teil hier, den kaufen wir uns. Wir kaufen nur diesen unteren Teil. Wie der dann in der Garage aussieht, die Frage kam auch schon. Seid man nicht böse, das kann ich noch nicht beantworten. Das müssten wir denen stellen. Aber ich denke, bis dahin wird sich eine Lösung finden. Fakt ist eines. Diesen unteren Teil können wir dann erwerben und uns ausstatten lassen, wie wir wollen. Und der obere Teil bleibt einfach Teil der Firma, die das Ganze betreibt. Wir gehen rein, gehen an unseren Bordcomputer, der sich hier vorne befindet, tippen ein, wo wir hinwollen. Dann kommt dieser obere Teil gesaust, hängt uns an. Wir fahren durch die Gegend. Wie uns das gerade Spaß macht, je nach Bedarf. Dann sind wir doch mal ehrlich. Wenn ich sehe, ich habe zwei Autos vor der Tür stehen. Ich brauche sie ab und zu, weil mein Mann natürlich auch berufstätig ist. Wenn ich auch mal unterwegs bin, brauchen wir zwei. Ich lebe hier in der Pampa. Aber im Grunde steht mein Auto die meiste Zeit. Wenn ich das jetzt hier so nutzen könnte, wäre natürlich gigantisch. Und das ist eine tolle Sache. Ich rufe an, mein Oberteil kommt angesaust. Ich fahre mit ihm durch die Gegend. Und so wird das in der Zukunft aussehen. Hier sehen wir auch nochmal diesen ergonomischen Sitz. Übrigens hier ein Favorin. Das ist auch unsere Ablein mit ihrem Mann. Hier der Michael wieder, unser Pressesprecher. Und dieses Unibike, wie gesagt, das wird das Auto der Zukunft werden, je nach Größe. Das Besondere, was ich noch daran so toll fand, was mir bewusst geworden ist erst, wie ich dann im Flugzeug nach Hause geflogen bin, dieses Unibike ermöglicht es den Menschen, die jetzt schon ein gewisses Alter haben, die im Straßenverkehr sich schon unsicher fühlen oder vielleicht schon Unfälle bauen, weil sie nicht mehr so konzentriert sind, aber im gewissen Alter, die schon Angst haben, dass man ihnen den Führerschein deshalb nimmt und ihnen damit die Mobilität nimmt. Mit dem Unibike spielt das keine Rolle. Die brauchen keinen Führerschein. Ich gebe ihnen die Tastatur oben ein, wo ich hin will und das fährt mich hin. Ich brauche es nicht selbst steuern. Das ist alles geregelt. Der Bordcomputer macht das alles alleine. Bin ich jetzt zum Beispiel im Büro und mache mich auf dem Weg zum Büro. Na gut, ich bin ganz schnell, innerhalb von sechs Minuten bin ich von einem Stadtteil zum anderen, also durch die Geschwindigkeit schon, viel machen brauche ich da nicht, aber bin ich länger unterwegs, kann ich meine Akten sortieren, ich kann mich einarbeiten auf mein Webinar, auf meine Präsentation, was ich gerade habe, vorbereiten, auf meine Besprechung. Ich muss ja das Auto nicht selbst steuern, ich brauche auch keinen Schaffeer. Das macht alles das Unibike oder wenn es ein größeres Modell ist, vielleicht das kleine Unibus selbst. Ich kann mir das einfach so richten lassen, wie ich es will. Das Faszinierendste daran ist ja auch, wer es in Facebook gesehen hat, es war ja einer beim Konstruktionsbüro bei Unitsky, nämlich der stärkste Mann der Slowakei, nämlich Adrian Koromotsky, der Vizeweltmeister im Bodybuilding 2015, der ist so fasziniert von dieser Technologie, dass er sogar sein Training unterbrochen hat, das er derzeit macht, um am 25. November in Belgien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, weil er möchte dieses Unibike, er ist auch Trainer und Erfinder von Trainingsprogrammen, er möchte dieses Unibike, stellt er sich vor, das zu nützen, als Trainingcenter umzubauen, dass es die modernen, mobilen Fitnesscenter sind. So, dass ich nicht unterwegs bin, irgendwo hin muss, um mein Fitnesscenter, sondern ich bin unterwegs, trainiere in meinem Unibike, weil ich ja alles an Bord habe und wenn ich dann dort bin, habe ich mein Training absolviert, ich verliere keine Zeit. Das ist seine Vision, das heißt, sich im Unibike fit zu machen und in Form zu bringen, was ja in der heutigen Zeit nicht unwesentlich ist. Hier nochmal diese spezielle Stringschiene, diese Strings besteht ja aus verschiedenen Stahlsträngen, die so straff gespannt sind, dass sie einfach diese Härte erreichen, dass man eben wie gesagt bei Distanzen bis zu drei Kilometern das Ganze stabil halten möchte in Zukunft, daran arbeitet man. Umgeben ist dieser spezielle String eben von dem Befestigungselement und hier von der Schiene, von dem Schienengehäuse, das hier seitlich dann verbunden wird mit dem Befestigungselement, hier dieser Stahlbeton, also dieser Spezialbeton, hier wo man eben auch dann die Kommunikation einbauen kann und hier eben wieder diese Stahlkopfschiene. Hier die einzelnen verschiedenen Möglichkeiten, die nach Gelände, hier haben wir eben diese Highspeed-Strecken, diese weiten Strecken, die natürlich etwas stabiler sein müssen. Hier kann man auch bis zu 500 Stundenkilometer zurücklegen und die ganzen Technologien einbauen. Hier Aufhängung und eben hier diese Schiene, wo man mit der Hochbahn fährt. Hier diese halbstarre Konstruktion zur Hängebrückennutzung, kommen wir gleich noch dazu. Und hier diese seilbahnmäßige, wahrscheinlich im Gebirge etwas weniger stabilisierte, diese flexible Lösung. Hier haben wir eben auch diese Formel, die das deutlich macht, 9,2 Kilowatt bei 5000 Kilogramm bei 450 Stundenkilometern und im Vergleich zur Luftreifung, sprich wie beim LKW, würde man 1100 Kilowatt benötigen. Kennen ja einige. Hier, das ist auch ganz interessant, die, wie soll ich sagen, die Aerodynamik dieser Fahrzeuge. Auch ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, auch wegen dem Lärm und so weiter. Diese Aerodynamik ist einzigartig bei der Skyway-Bahn. Und zwar, wenn man jetzt der Radi nimmt oder diese Rennautos, Formel 1 Fahrzeuge, die erreichen gerade mal, ich sage jetzt den Windwiderstand von 0,3 bis 0,4 konnte man das Ganze runterdrücken, diesen Widerstandsrechenfaktor. So, bei der Bahn, die jetzt sehr widenschnittlich ist, zum Beispiel ICE-Bahn, hat man einen Faktor von 0,2 im Vergleich. Und hier die Skyway-Bahn, weil sie sich eben auf der zweiten Ebene befindet, weil sie keinen Widerstand zwischen Schiene und Zug zu bewältigen hat, sondern fest mit der Schiene verbunden ist, hier keinen Widerstand hat, hat man hier gerade mal diesen Widerstandsfaktor von 0,05. Und genau daran liegt es auch, warum man so wenig Energie braucht. Zusätzlich, das, was wir jetzt nochmal deutlich sehen, hier nochmal diese 0,0, am Rad hier ganz eben, kaum Reibung, direkt verbunden mit der Schiene, kein Platz dazwischen, das in irgendeiner Form stören könnte. Hier dann auch in diesem Spezialrad noch der Motor oder die Elektrizität hier mit integriert, einzigartig, was die da geschaffen haben. So, hier haben wir nochmal diese Schiene mit diesem Sicherheitsrad an der Seite, diesem Anti-Entgleitsystem, das das Ganze nochmal um das Zehnfache erhöht. Wir haben ja schon den Vorteil, dass wir uns in der zweiten Ebene bewegen, aber natürlich kamen dann auch diejenigen, ja und was ist, wenn ein Sturm kommt, wenn ein Orkan kommt, was weiß ich alles, würde das Ganze kippen, sodass wir hier unten auf dem Kopf liegen, das heißt um 180 Grad, würde es wegen diesem Anti-Entgleitsystem auch nicht aus der Bahn fallen, also aus der Schiene fallen. Natürlich wäre es etwas ungemütlich für uns, wenn wir da drinnen sitzen würden, aber wir würden nicht abstürzen. Also einzigartig, was Junitzki und sein Team da auf die Beine gestellt hat. So, diesen Film können wir wieder nicht sehen. So, hier noch eine wichtige Sache vom Unibike, auch natürlich Unibus, egal was, hier dieses Spezialglas. Dieses Spezialglas, man sieht schon, ist abgedunkelt, ist natürlich auch der Energie effizient. Das heißt, wenn es innen warm ist und außen kalt, wird durch dieses Spezialglas verhindert, dass die Wärme nach außen geht, beziehungsweise die Kälte nach innen. Ist es umgekehrt, ist es außen heiß, wird es innen nicht heiß werden, weil auch durch dieses Spezialglas das verhindert wird. Und zusätzlich hat man uns gesagt, wenn man mit 35 Kilogramm einen Hammer da drauf haut, dann kann man das auch nicht zertrümmen. Also alles ist wirklich einzigartig und durchdacht. Und hier sehen wir ein Stück, wie es im Ökopark sein wird. Hier nehme ich dieser Spezialzaun. Dieser Spezialzaun umgibt den Ökopark, den wir uns dann noch etwas ansehen wollen. Hier oben fahren dann die Miniaturfahrzeuge und in diesen Miniaturfahrzeugen, man sieht hier im Bild, sind auch die Kameras eingebaut, die das Ganze dann beschützen, die das Ganze aufzeichnen. Falls hier jemand Randale machen will, dass man gleich dagegen annehmen kann. Hier haben wir die Kurvenelemente, die sie dann eingebaut werden im Ökopark. Und dieser Ökopark, den werden wir ja gleich noch sehen, der wird auch Ende November schon eingeweiht. Hier nochmal das, wie man Energie spart durch dieses Hängebrückensystem. Auch hier habe ich eine neue Information dazu. Ich habe immer gemeint, diese Türme sind hier irgendwo auf der Insel gebaut. Ja? Nein. Das sind schwimmende Inseln. Die schwimmen hier auf dem Wasser. Die sind aber so verankert wie zum Beispiel eine Ölbohrinkel. Aber schwimmend. Nicht irgendwie unten verbunden. So. Und bei einer Distanz, je nachdem, von 500 bis 2 Kilometern kann man diese Türme hier verbinden. Die Türme werden Wohnungen integriert haben, vielleicht sogar Geschäfte und natürlich die Möglichkeit für die Bahn zu fahren. So. Was ist das Besondere hier? Dieses Hängebrücken-Modell. Wenn ich hier runterfahre mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 150 Stundenkilometer, je nach Entfernung und Distanz, kann man diese Geschwindigkeiten fahren, wird man die Gravitation, das heißt die Schwerkraft der Erde ausnutzen, damit man keine Energie benötigt, um sich nach unten zu bewegen. Und man wird im Gegensatz von dem tiefsten Punkt hier nach oben die Geschwindigkeit wieder ausnutzen, damit man keine, ich spreche genau ausgerechnet, damit man wirkliche Null Energie benötigt. Dazu sind natürlich einige Faktoren notwendig, zum Beispiel die Höhe je nach Distanz 15 bis 80 Metern, je nach Distanz 60 bis 150 Metern und so weiter. Also die Geschwindigkeit richtet sich auch eben nach der Distanz hier. So könnte es zum Beispiel in den Bergen aussehen. Wunderbar, auch in diesen Türmen kann man dann, wenn man möchte leben, das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man etwas schwindelfrei ist, dann kann man hier oben leben, weil die Heiz so schön in den obersten Rängen sind eh die teuersten Plätze. Mal schauen, vielleicht kaufe ich mir da irgendwann mal eine Wohnung, vielleicht in den Schweizer Bergen, ich hoffe, dass sie bald gebaut werden. Also auch hier wird man diese Hängebrücken-Methodik ausnutzen. Hier ein Beispiel auch, wie zum Beispiel im Meer draußen aussehen könnte. Also es ist alles sowas von durchdacht. Hier das Beispiel sagt nochmal aus, bei 500 bis 1000 Metern eben, da hat man nur eine Differenz von 15 bis 25 Metern, wo man runter muss und kann eine Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern fahren. Und der Turm, den wir eben gesehen haben in diesen Schweizer Bergen, der würde innen so aussehen. Auch das weiß man schon, stellt man sich schon vor, wie das innen aussieht. Gigantisch, oder? Also ich finde das wirklich grandios, wie viel Fantasie die hatten, welche, wie durchdacht das Ganze schon ist. Und das sind die Urheber, das heißt das Team, das Junitzki in seiner Idee unterstützt. Es sind fast 200 Leute, die im Konstruktionsbüro beschäftigt sind, die ständig hier weiterentwickeln, eben schon, habt ihr heute schon erwähnt, an der Distanz zwischen den Pfeilern, um jetzt 400 später dann langfristig die 3 Kilometer Distanz zu erreichen. Ständig finden Sie was Neues hier. Es sind 100, habe ich mir sagen lassen, extreme Spezialisten, die wirklich nicht nur irgendein Ingenieur sind, sondern die wirklich hoch oder höchst qualifiziert sind. Und die sind hier beschäftigt und arbeiten hier wirklich dran, was das alles ideal funktioniert. Unterstützt wird das Ganze momentan oder ganze Staaten wird das Ganze im Moment, das haben wir auch, wer schon dabei war, schon gehört, in Australien. Ich habe hier ein bisschen Ruh gemalt in der Karte, weil es ein bisschen schwierig ist, das live zu machen. Dieser Strich hier, das hat keine Bedeutung, das war mein Kunstwerk. Diese Orte hier, ja, heißt nichts anderes hier, der Bereich, der ist der meistbesiedelte in Australien, das heißt die Strecke von Melbourne nach Sydney. Ja, hier in diesem Bereich leben fast alle Menschen von Australien, mal von diesen Ureinwohnern hier oben abgesehen. Und hier in diesen Bereichen, wo ich diesen roten Punkt künstlerisch gestaltet habe, bin ich so künstlerisch begabt, hier befinden sich alle Minen oder Bergwerke, was man sonst noch hat, die die ganzen Rohstoffe aus der Erde holen. Und diese Rohstoffe müssen transportiert werden, und zwar hier hin. So, jetzt haben wir aber die Herausforderung, sehr weitläufig, sehr große Strecken. Und deshalb hat Rod Huck, der australische ehemalige Verkehrsminister und ein wirklich phänomenaler Transportunternehmer diese Idee für sich genutzt, hat sich darüber reden lassen und hat gesagt, das ist gigantisch für Australien. Und vor allen Dingen für diesen Bereich, um eben diese Minen hier bestens zu versorgen. Was haben die für eine Herausforderung? Diese hier. Sie müssen natürlich von A nach B, wie wir gesehen haben, das Ganze bewegen. So, das machen sie derzeit mit solchen Transportmitteln. Riesen-LKWs mit Anhängen dran. Sagt man, naja, okay, erstens mal ist es natürlich eine weite Distanz, sehr viel Zeit, was das Ganze kostet, aber die haben noch eine weit größere Herausforderung. Nämlich die schlechten Wege. Die schlechten Wege, wie wir es schon gesehen haben, diese Überschwemmungsgebiete, die haben dann wieder Regenzeiten, die Straßen sind, hier ist sie ja noch geteert, ist sie ja noch recht gut, aber durch die großen Distanzen haben die nicht überall diese optimalen Wegmöglichkeiten. So, jetzt wenn es viel regnet, dann passiert das, dass sie ausgeschwemmt werden, dass die Gleise, die wir es gesehen haben, ausgeschwemmt werden. Und da ist kein Transport möglich. Das heißt, die Arbeiter, nochmal zurückzugehen, die Arbeiter sind hier und die Minen sind hier. Und die müssen hier von diesen Standorten aus hier hin. So, wenn aber das nicht geht, können die hier nicht arbeiten. Und das könnte man super eben mit Skyway lösen. Das ist diese Vision, die natürlich Units gehabt. Abgesehen natürlich von der Integration in den Städten, auch er sieht hier ein Riesenpotenzial, auch hier eine Strecke parallel zur bisherigen Bahnlinie zu bauen. So, zum Thema Australien ist ja auch eine Tochtergesellschaft, nämlich Skyway Australia. Und die wurde eben gegründet von Rathook und noch ein paar, die ihn dabei unterstützten. Und das erste Projekt, das geplant ist und auch feststeht, sich aber im Moment etwas verzögert, das ist die Universität in Flinders. Man sieht es hier unten an der Karte. Hier müssen die Studenten von der Uni zum Campus da rüber. Das Ganze ist sehr bergig, bis auf 50 Meter Höhe. Und das kann nur eine Skyway-Bahn lösen. Ansonsten müsste man hier weitläufig rum, kostet viel zu viel Zeit und so weiter. Hier hinten kann man erst wieder an die öffentlichen Verkehrsmittel derzeit anschließen. Das könnte man damit super lösen. Das Ganze verzögert sich jetzt aber zwecks Genehmigungsverfahren bis 2018. Warum? Weil man dort jetzt nicht nur eine Bahnstation hinbauen will, hier bei der Uni, sondern ein riesen Parkhaus mit 30 Metern Höhe. Integriert sollen dort werden auch Einkaufsmöglichkeiten für die Studenten. Und obendrauf, auf der Höhe von 30 Metern, eben ein Ankerpfeiler, wo einfach dann die Zusteigemöglichkeit ist. Also rauf beim Aufzug, oben rauf. So muss man nur noch 20 Meter Höhe eben bewältigen. Und da wird man wahrscheinlich natürlich durch eine Strecke dann von einem Kilometer diese wunderschönen Unibikes nutzen. Also das zum Thema. Das steht schon. Es hängt eigentlich nur an dem Genehmigungsverfahren für das Gebäude. Und das muss natürlich auch gebaut werden. So, hier haben wir nochmal in Weißrussland und Minsk im Ökotechnopark den Null-Kilometer-Stein. Von dort aus wird alles starten. Von dort wird alles weggehen. Wir sehen hier eben die Fachleute, auch Rathuk und Unitsky und so weiter. Der Ingenieur dabei. Oben rechts habe ich auch wieder Rathuk mit Unitsky. Die zwei, ja, Rathuk hat wie gesagt Unitsky auch in Berlin bombastisch vertreten. Er ist so ein sympathischer Mensch, wie auch der Michael, unser Pressesprecher. Ich denke, das wird einer der Chefingenieure sein. Und von diesem Punkt aus geht alles auf. Am 17. Oktober war eben die Einweihung dieses Null-Kilometer-Steines und deshalb hatten wir auch die Preisverlängerung bis zum 20. Die Auricon, das ist irgendwie das Unternehmen von Rathuk. So ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber er hat eben ein Transportunternehmen und reitet hier überall herum. In Australien ist auch Skyware, habe ich mir sagen, das ist schon Gesprächsthema Nummer 1, also in den Medien sehr stark vertreten. Und hier, wer das möchte, kann gerne mal nachgugeln, was das, wie das ganz genau zusammenhängt. Ich glaube, das sind seine Projekte, die er schon verwirklicht hat. So und hier haben wir ein Bild, wie das Konstruktionsbüro in Minsk mit Australien über Skype sich unterhält und die Planung durchführt. Also Skype macht ja alles möglich. Hier noch ein Bild von einer Innotrans, wo ja Skyware sehr viel Aufsehen erregt hat, nämlich, ja man sieht es hier hinten, seht euch mal den Planer, hier hinten, in diesem kleinen Eckchen hat Skyware vertreten und mit Abstand der meistbesuchteste Stand. Und alle anderen waren leer. Hier dieser Riesenstand mit Stühlen und so weiter, war nichts los. Nur hier hinten, hier spielte die Musik. Also unglaublich, was da passiert ist. Hier im Future Mobility Park waren sie auch auf der Messe, konnte man auch ein paar andere innovative Sachen sehen, die ich euch gleich zeige, nämlich hier diese Hyperloop Bahn, aber nicht wie bei Skyware mit den richtigen Fahrzeugen, sondern nur als Bild. Als Bild konnte man sehen und später zeige ich es euch dann noch, eben mit der 3D-Brille konnte man Filme ansehen. Er ist der Sprecher hier von Hyperloop, wie er das alles erklärt. Und das ist noch eine Möglichkeit, die man vorgestellt hat, das Next-Modell. Also, Entschuldigung, viele reden, ist nicht so einfach. Dieses Next-Modell, so nennt man das Ganze, soll LKWs ersetzen, soll Personen transportieren. Also, ob sich das durchsetzt, sei mal dahingestellt. Hier würde das Ganze gezeigt werden dann. Und so kann man sich das Bild nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht, wem es gefällt, aber hier fahren die dann in diesen, sag ich mal, Kisten. Ich weiß nicht, ob das schön in ein Stadtbild reinpasst, wenn hier da die LKWs in Kisten sich rumbewegen oder in der Landschaft. Also, ich persönlich finde es grässlich. Da würde ich mich definitiv nicht einsetzen dafür. Und ich bezweifle, ob sich das durchsetzt. So, hier nochmal eben die Miniaturausführung oder das Modell. Sie hatten es auch da. Also, ich finde es absolut nicht vergleichbar zu unseren wirklich gigantischen Skyway-Fahrzeugen. Hier nochmal, ganz, Entschuldigung, nochmal, ich fahre ich mal wieder schnell, Hyperloop, wie man mit der 3D-Brille sich das Ganze ansehen könnte, wie das sich bewegt. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man die Bahn hier nicht live zeigen kann. Ich glaube, es hat mit Tesla irgendwie zu tun und es ist in Amerika gebaut. Und hier nochmal dieses Next-Modell als Miniatur, wie das aussehen könnte, wie sie einfahren. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich finde es nicht unbedingt malerisch. Hier nochmal der Skyway-Bestand. Ist das nicht eine Augenweide? Also, für mich, ich finde es immer wieder gigantisch, diese Fahrzeuge. Das war natürlich bevor das Ganze losging, sonst hätte man so ein Bild nicht mehr bekommen. Hier natürlich unsere Führung, Babel, Rotthoek und Michaela Pressesprecher. Hier auch eine Dame vom Team. Hier der ergonomische Sitz, das Spezialrad. Alles einfach wunderschöne Bilder, die wir hier zu sehen haben. Unsere gesamte Upline, wer zu meinem Team gehört, also alle, die hier drinnen sitzen, gehören zu unserer Upline. die zwei Damen, er ist der Mann von, na, Moment, wo habe ich den Pfeil? Der hat sich wieder versteckt. Er ist der Mann von der oberen Dame, mache ich es mir jetzt leicht. Auch hier wieder ein paar Bilder, ich gehe jetzt nicht, rechts, wer ihn noch nicht kennt, mal schauen, ob der Pfeil kommt. Und ich hatte sich jetzt nicht auch immer versteckt, weil das kann er nämlich sehr gut. Rechts im Bild unten war auch noch der Mr. Maslow dabei, ich kann ihn leider nicht zeigen jetzt. Also, neben der blonden Dame rechts unten, das ist der Mr. Maslow, unser Ansprechpartner von Skyway Capital, ein sehr, sehr netter Mann, ich bin wirklich begeistert von ihm, spreche gern mit ihm. Die Herausforderung war eben jetzt am Wochenende immer schön alles in Englisch, meine Kenntnisse musste ich schon ganz schön da ausgraben. Gut, dass Tom perfekt ist. So, hier auch immer Bilder, es war immer, wie ihr seht, der Teufel los. Das war das ständige Bild. So, was sagt dieses Schreiben hier aus? Nichts anderes, Skyway war bis zur InnoTrans das belächelte Transportsystem. Das Interessante, das habe ich euch ja noch gar nicht gesagt, oder habe ich schon gesagt, ich glaube nicht. Am Stand waren zwei Leute von Siemens. Also es waren viele Interessierte, aber diese zwei Leute von Siemens waren sogar zweimal am Stand. Sie konnten es nicht glauben. Sie haben immer wieder gesagt, wo kommt ihr her? Dann sagte sie, wo kommt ihr her? Was habt ihr hier? Sie wussten Skyway. Ja, sie wussten natürlich, dass Skyway kommt, aber sie dachten, sie werden da irgendwelche Bilder zeigen, irgendwelche Zukunftsvisionen und die werden vielleicht irgendwelche Pappfahrzeuge Ihnen zeigen, aber als sie dann gesehen haben, was sie da für Fahrzeuge haben, dann waren sie einfach sprachlos, aber auch begeistert. Und diese Siemens-Leute, unter anderem der Vize-Chef, glaube ich, von Siemens, haben auch um Einladung gebeten, zur Einweihung am 29. November vom Öko-Technopark, aufgrund eben ihrer Begeisterung. Das sollte uns natürlich zu denken geben. Kein Mensch hat gemerkt und hat sich vorstellen können, dass die in dieser kurzen Zeit diese Prototypen oder diese tatsächlich Fahrbahn, das sind ja keine, natürlich sind es Prototypen, Ursprungstypen. Übrigens, das Stadtfahrzeug kostet, glaube ich, jetzt bei der Herstellung, ich weiß nicht, eine Million und dann soll es ungefähr 100.000 kosten, also in der Menge dann. Die waren so sprachlos, dass das wirklich hier ausgestellt wird. Kein Mensch hat daran geglaubt. Und wie gesagt, es gibt einige, die sich eingeladen haben für den Öko-Technopark, aber da komme ich dann noch dazu. Und aufgrund dieses Aufsehens bei der Innotrans ist Folgendes passiert, man wurde kurz darauf mit diesem Schreiben hier eingeladen zu einer Messe, da gibt es eine Messe in Weißrussland, in Minsk, die mal eine Woche stattfindet und das sind zwei verschiedene Messen, ich weiß gar nicht, die erste ist auch eine Transportmesse, da hat man sie dann aufgrund von der Innotrans eingeladen und auch dort war dann der Verkehrsminister von Russland und er hat natürlich auch ein Interview, hier sehen wir es auch im Bild hier auf Schulklassen, hier Junitzke in den Fahrzeugen, hier sieht man ihn oben rechts, Moment, ich muss mal wieder schauen, dass ich meinen Pfeil wieder finde, hier ist er in der Mitte drinnen, Verkehrsminister, er war auch total angetan, er hat hier im Bild, wo ist mein Pfeil, okay, er mag mich wieder mal nicht, okay, hier ist er, hier im Bild ist glaube ich, ich glaube der Pfeil, der zweite ist er, er hat nur gesagt zum Mr. Junitzke, wie kann ich Ihnen helfen, was können wir für Sie tun, Junitzke hat nur gesagt, Sie können, wir brauchen keine Unterstützung, lassen Sie uns einfach in Ruhe arbeiten, lassen Sie uns arbeiten, legen Sie uns keine Steine in den Weg, wir sind im Zeitplan oder sogar besser, lassen Sie uns in Ruhe arbeiten, dann werden wir diese Vision umsetzen, also auch er war total begeistert, man sieht hier zweimal ein Bild, wo es ein Interview gab, dann, was auch hier interessant ist, die nächste Einladung, die auch aufgrund von der Innocrans passiert war, das war auch diese Expo, diese Energy Expo in Minsk 2016, die war, weiß ich nicht, ein, zwei Tage später dann, auch da wurden Sie eingeladen und da war dann auch eine japanische Delegation, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die da sehe oder ob das im nächsten Bild kommt, hier ist er, dieser kleine Herr hier, er gehört zu Japan, total begeistert, die wollen im Januar, da sind sie in der Nähe von Moskau, da sind sie da irgendwie tätig, wollen sie auch Unitsky im Konstruktionsbüro oder dort in seinem Büro besuchen und mit ihm die Besprechung machen, wie man das Ganze zum Beispiel in Japan umsetzen könnte, also man sieht schon, überall hat man für Aufsehen gesorgt und das dritte Highlight haben wir auch schon davon gehört, in dem letzten Webinar war natürlich in Rom dieses Umweltforum, also ihr seht, ich kann perfekt Russisch, auch hier hat sich eben der Umweltminister von Italien so dafür begeistert, er hat nur gesagt, wow und auch er will sich einsetzen, dass das Ganze in Italien umgesetzt wird. Hier noch ein paar Bilder vom Stand, ich gehe jetzt nicht aufs Einzelne ein, das ist sowieso alles sehr umfangreich und dann kommen wir natürlich zur Phase 8, wie wir gestartet haben. Wir finanzieren ja derzeit den Öko-Techno-Park und das Ganze wird ja in verschiedenen Phasen finanziert, von der Entwicklung eben bis eben derzeit in Phase 7 und 8 der Öko-Techno-Park. Der Öko-Techno-Park, der eben jetzt am, und der Termin steht, 29. November eingeweiht wird und dort für Einweihung gibt es nur geladene Gäste. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich zusammenbringe, wer sich dort schon alles angemeldet hat und dabei sein möchte. Und zwar, das wird euch vielleicht interessieren, eine Delegation aus Indien ist fest angemeldet, aus der Schweiz, natürlich aus Australien, aus den Philippinen, und wahrscheinlich auch aus Russland. Das ist immer so eine Geschichte, das muss noch abgeklärt werden. Das steht schon fest und natürlich, wie ich sagte, die Siemens-Leute, die speziell um Einladung gebeten haben, sie möchten sich das Ganze einfach näher ansehen. Wir kennen das ja schon, hier hinten haben wir die Transporttrasse, hier diese Unibike-Strecke und auch natürlich die Stadtfahrzeuge mit dieser Hängebücken-Version und hier vorne, das erste Teilstück von hier bis hier ungefähr, da werden zwei Ankerpfeiler als Bahnhöfe sein für die Highspeedbahn, die dann verlängert wird, eben bis auf 16 Kilometern. Das dauert aber noch bis 2018 ungefähr. Und für alle, die es interessiert, nächstes Jahr, im April, genau den Tag, wissen wir noch nicht, wird in Minsk auch für alle Investoren eine Großveranstaltung sein, wo wir alle hinreisen können. und sobald wir den Termin wissen, geben wir es natürlich bekannt, weil ich werde dahin reisen, ich werde mir das anschauen, ich werde dann auch meinen Baum pflanzen. Ich darf nämlich einen Baum pflanzen lassen. So, hier unten natürlich entsprechen eben die Möglichkeiten, das könnte es dann die Zuladefunktion, wie man von oben her bestückt und so weiter. Also hier, wie man wahrscheinlich eben die Elektronik mit einbaut in die Schiene. Ich gehe jetzt hier nicht mehr im Detail ein. Und so sind die letzten Bilder. Die neuesten Bilder zeigt man uns nicht mehr. Man möchte natürlich nicht jetzt alles verraten, kurz vor dem Höhepunkt. Das sind die letzten Bilder, die wir haben aktuell. Von, so wird es aussehen, so soll es aussehen, dann im Ökotechnopark. Das ist übrigens unten. Wen es interessiert, nicht interessiert, muss ich es sich trotzdem anhören. Das ist die Karte eben von Belarus und hier ist der Nullpunkt. Ja, Weißrussland. Und von hier soll es in die Welt hinaus gehen. Hier sehen wir schon die Pfeiler eben, so sieht es aus. Hier brauchen nur noch die Schienen eingehangen werden, die auch schon vor Ort sind. Wir haben sie wieder unsere Upline. hier eben der Lasertest, haben wir ja alle schon mal in Facebook gesehen. Hier haben wir einen Ankerpfeiler. werden spezielle Fenster, die man benötigt für den Druckausgleich, wen es interessiert. Hier haben wir natürlich die Schienen, die produziert werden, die befinden sich aber mittlerweile nicht mehr hier, sondern schon hier im Ökopark und werden eben hier nach und nach eben aufgesetzt. Hier, das sind die oben rechts, das sind die Unibike-Pfeiler, sieht man alle schon, das sind die stabilen Ankerpfeiler. Ja, man braucht ja immer diese Stabilisatoren. So ist aus der Funkelperspektive, also man sieht, es geht echt was voran und wer jetzt noch dran zweifelt, gibt es diesen Park, den kann ich nicht mehr helfen. Hier haben wir zwei Pfeiler für die weitere Strecke. Hier, diese, hier Unibike und hier, da wird wahrscheinlich die Highspeed-Bahn dann drauf kommen. Hier sieht man schön aus der Vogelperspektive, nochmal hier hinten die Zuladung, die Kurvenelemente, hier ein Bahnhof, hier auf dem Bild sieht man nur einen, man hat hier einen zweiten Ankerpfeiler gebaut, um einfach eine kurze Strecke schon zu haben und nicht warten zu müssen, bis die ganze Strecke bis da hinten zur Verfügung steht, die muss ja auch noch finanziert werden. Also wir müssen noch ein bisschen sammeln und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Technologie in die Welt hinaus zu tragen, hier umrandet, sieht man ja auch wieder diese Pfeiler, wie sie aussehen dort vor Ort. Also wie gesagt, es ist schon wesentlich weiter alles und hier, so wird es dann in den Werkstätten ausschauen, wenn diese Fahrzeuge dann fortbedeckt sind. Und dieser Highspeed-Bus, der wird 2018 dann auf der Innotrans vorgestellt werden. Man hat schon dort sich angemeldet, das steht schon fest. So könnte es dann mal in der Stadt aussehen. Hier ist zum Beispiel in Australien, so wird es in Australien eingebaut werden, so stellt man sich das vor, unter die Bäume. Man kann ja auf diese Pfeiler von 6 bis 10 Meter bis auf 30 Meter hochgehen, je nach Gelände. Alles ist möglich. Und hier, das ist auch noch ganz interessant, hier vergräbt Junitzki drei Büchsen. Eine, die nach 5 Jahren wieder rausgezogen wird, eine nach 15 und eine nach 50 Jahren. Und überall in jeder Büchse hat er was reingeschrieben. Und er möchte dann, dass dann nachgelesen wird, ob diese Ziele, die er sich gesetzt hat, ob die dann erreicht sind. Also auch das wird im Öko-Techno-Park passieren. Hier nochmal das gesamte Team. Und wie gesagt, nächstes Jahr im April können wir alle, natürlich könnte man auch jetzt schon hin, aber es macht ja keinen Sinn, nächstes Jahr wird das ganz große Investorenfest in Minsk sein. So, hier haben wir noch ein Bild von, wie man sich die lineare Stadt vorstellt. Die lineare Stadt ist einfach, wie man eine Stadt aufbaut, rund um das Transportsystem mit eben diesen Unibikes, Unibüsse, mit diesen Skyway-Fahrzeugen, eben in der Ebene, in den Türmen auch, unten, die Erde gehört den Menschen, oben drüber, der Transport. Die Vorzüge liegen natürlich klar auf der Hand, weniger Schadstoffe, weniger Lärm, definitiv, weniger Verkehrsunfälle, weniger, oder vielleicht gar keine Staus mehr, wenn man die Straßen ganz eben auf dieses Transportsystem verlagert, und natürlich Wiederaufbau der Ökologie. Das ist das Ziel, das ist die Vision von Unitsky. Hier nochmal unseren Öko-Technopark und hier Michael, der Pressesprecher mit eben dem Herrn von unserer Upline. Leider kein Video und somit bin ich weitgehend am Ende angelangt. Also, Sie dürfen jetzt Ihre Frage stellen, was ganz klar rausgekommen ist, ist einfach diese Technologie. Wer glaubt, dass das Ganze ewig dauert, die sprechen davon, dass das Ganze in 10 bis 15 Jahren durch Ihre Vision weltweit vernetzt ist. Das jetzt von mir zum Abschluss. Und das Ganze ausmutzung. Und